Zwei Drittel des Sommers ist nun vorbei und bisher war er, um es freundlich zu beschreiben, wechselhaft. Kaum ist es mal ein paar Tage heiß, ist auch schon wieder Schluss mit dem schönen Wetter hoch. Doch was machen die Hannoveraner bei strahlendem Sonnenschein eigentlich am liebsten? Marc T. Hofmann hat sich mal für uns umgehört. Also schwimmen und mit Freunden ein bisschen chillen und mal ein bisschen trinken am Kiesteich oder sowas, das gehört dazu. Strand, Strand, Meer, gutes Essen. Unbedingt zum Sommer dazu gehört auf jeden Fall, hier nach Hannover zu fahren, wir kommen hier nicht her, wir kommen aus Hameln. Hier ein bisschen Maschsee, chillen. Ja, Sommer, Sonne, Strand, Baden, ja. Ein Ausdruck zur Familie, mal einen gemütlichen Sommerabend mit Kumpels, wo man mal ein Bierchen trinkt. Und was gehört noch dazu, mal Baden zu gehen, wenn das Wetter schöner wird und die Sonne zu genießen. Französische Gäste. Zweitens Fahrrad fahren und drittens vielleicht Pilze suchen. Frauen klar machen, nackte Frauen eingeiern und Nummern klar machen. Inliner fahren, Fahrrad fahren und ins Fitnessstudio gehen. Normal, guck mal, Beats. Abkühlen, Kinder beschäftigen und nochmal Kinder beschäftigen. Ja, ich bin ein, 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 ich bin ein